heiho mein schwimmkumpane verstehst du heiho wegen hei so fortsetzen wo sind wir denn hier überhaupt stehen geblieben das weiß ich auch gar nicht mehr was haben wir als letztes gemacht keine ahnung was sagt die folge töte das schwein wir haben den boss gemacht peter kyle genau und das schwein was er aufgespießt war im stock ja das war witzig du kannst mir gerne ein ab unterlassen und ich würde mich freuen wir müssen hier die ladezeit überbrücken überall lesen im fallout hier 1946 begann wc mit der live übertragung der country varieté show hillbilly haylof hodan von p1 wir sind ja zum ersten mal jetzt so ne ich hatte mich ja so gemacht und dann hatten wir ja ausgemacht haben ja wo ja ja geht ja richtig ab da wollte er sich wirklich mit mir anlegen und zwar weg ich sehe aber raus oder so was müssen wir machen kade ja noch nicht entdeckt älteres tier älteres tier sind wir noch nicht ne wir sind nur ausgewachsen glaube ich ne älteres tier älteres tier oder sind wir schon älteres tier das heißt theoretisch können wir hier überall rein da müssen wir hin wahrscheinlich muss man dafür hier so durch oder hier oben ne jetzt schwimmen wir doch erstmal dahin pam zack äh wo wollen wir jetzt hin nach osten also da lang ich kann natürlich trotzdem fleißig rum jam 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 was ist aktiv wenn spezialfähigkeit halt eine aktivierung für kurz und lang drücke t alter mit du musik jetzt oder was ich habe die evolution aktiviert aber da muss ich noch mal gucken was waren die evolutionen war das das blitz in ladung wenn aktiv 30 prozent widerstand gegen geschoss und 30 prozent widerstand gegen elektroschaden aber okay einfach also benutze ich das am besten wenn ich gegen schiffe kämpfe weil die schießen ja immer auf mich nein nicht und da hinzukommen ich bin so grün grüner aber komm ich da hin bitte muss daran dauern nur ein weg ok jetzt geht es hier nur abgeschlossen das war nur hierfür ok mehr gab es hier gar nicht es war also kein weg für die es war kein weg für die quest so den habe ich mal eben gefrühstückt da oben ganz viele leute so also das haben wir das haben wir ja dann gehen wir doch hier am besten hin dann haben wir das auch und dann gehen wir hier oben dann haben wir das auch soll ich schnellreise machen und dahin oder meinst du ich finde den weg auch so dahin kann das ja markieren oder wegpunkt so dann schwimmen wir da mal eben hin so dann gott 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 er ist hier durch? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Äh, nein. Gut, dann machen wir schnell Reise dahin. Ich hätte nämlich... Ah, hat Kraft. Scheiß drauf. Ah, Scheiß drauf, Digga. Hallo. Kann ich die alle so töten? Mit Blitze? So, und jetzt... T. Oh, ich krieg gar nichts mehr mit. Hallo? Hui. Ich krieg nichts mehr mit. Ich drück einfach nur noch Tasten. Und wieder T. Und du, Mucke. Alter. Alter. Ich krieg gar nichts mehr mit. Ich krieg gar nichts mehr mit. Aber ich hab mal Debatten. Völlige Eskalation. Und wieder T. So, wir müssen weniger rumspringen So, Hälfte haben wir. Oh, schon wieder Tee Alter, er schummelt! Jesus! Hier ist Jesus! Alter, wo habe ich den denn ganz hängen gejeetet? Okay, hier stand einfach Jesus im Wasser. Das eine Schiff habe ich bis nach dem Süd geschossen. Okay, das war ja völlige Eskalation, aber wir haben gleich schon wieder Level. So, müssen wir hier für rein, ne? Hm? Boom! Kinda! Da! Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Bam! 729! Der Bullenhay ist bekannt als Geschwässiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Wenn ich eigentlich auch schneller, wenn ich das Ding benutze, ne? So, wie komme ich jetzt da drüben hin? Das hätte ich wahrscheinlich auch ohne älteren Hai geschafft, ne? Ja! Boom! Geilen Schatz! Ebenfalls abgeschlossen! So, mal gucken! Was haben wir hier? Hier haben wir alles! Hier haben wir jetzt alles! Hier oben fehlt uns noch das! 100%, 100%, hier 100%, hier noch nicht! Hier zwei Nuller! Ja, und da geben wir ja jetzt da hoch! Ach ja, und hier ist ja auch noch was! Okay! Und hier haben wir ja auch noch was! Alter, hier haben wir ja noch richtig viel! Und das sollen 6% sein? Die drei Dinge? Schatz! Der Bullenhai zieht sich zur ruhigen Besinnung in seiner Grotte zurück! So, dann gehen wir erstmal da oben hin, wa? Erstmal da! Da können wir ja jetzt so easy hinheaten, oder? Ja! Ja, Mann! Ey, erzähl mir nicht, dass ich da immer noch nicht ran kann! Ja! Wat'n Hieb! Alter, plötzlich habe ich da aber richtig Gas gegeben! Zuckabong! Tschögrüti! Zuck! Alter, wie viel Müll hier aber auch rumliegt, ne? Bäm! 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 Schuiii! Zuck! Der Bullenhall kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen! Können wir überhaupt noch größer werden? Weil ich habe ja schon alles legendary! So, jetzt da hin! Zuck! Warum ist das ein immer noch markiert? Das ist schon wieder fünf Fehler in der Hauptdeck. Das haben wir doch schon. Da oben ist Polizei. Da oben ist nichts mehr. Also hier oben sind wir auf jeden Fall richtig schnell. Nyeom, nyeom, nyeom. Ddu, 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 woopsssah. Mines, 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 mines. Wir haben uns wieder zu bemoben. Mines, 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 mines. So, lass mich mal da rein. Hä, wie kommen wir denn da rein? Hä? Hä, zurück zum Wasser. Die Zeit läuft diesem schwimmenden Rauchtier davon. Komm ich denn da rein? Oder war hier irgendwo ein Eingang? War hier irgendwo ein Eingang? Komm ich denn da rein? Wie kann man... Warte mal, hier sind so Rohre, aber nee. Da. Aha! Ah, und hier. Bam, bam. So, dann haben wir das auch. Oh, das ist ein Alligator. Den Frühstück kriege ich doch mit links. Hallo. Boom. Dieser Hai verwendet die Pide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. So, das war das, ne? Oh, warte mal, da ist noch was. Und da hinten auch, aber das ist ein anderes Gebiet. Das ist nicht von hier. Das hat mit hier nichts zu tun. So, 100% jetzt. 100% So, und hier könnte ich hin. Älteres Tier. Also da müssen wir eigentlich hin, aber... Hier wäre das Anfangsgebiet, ne? Komm, lass mal zum Anfangsgebiet. Mal kicken. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. So. Wisst ihr noch damals? So, markieren. Zack. Äh, da. Damals, als ich noch ein Baby war. Ich komme. Ich komme. Bam, bam. Quäfeisch. Quä. Oh, hier ist sogar... ein Zuhause. Und hier gibt es viele Sachen. Guck mal, da zum Beispiel. Der Seewolf behält alles genau im Auge, bei dem es sich um Nahrung handeln könnte. Ein Hammer, ey. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ja, komm, ey. One-hitten wir. Jawohl, schiech. Schmerzfisch. Schmerzfisch. Ebenfalls weg. Atlantischer Spatenfisch. Mhm. Guten Tag. Na, 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 na. So, wo sind die Jäger? Da. T. Jetzt geht's wieder los. Du Musik. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bam. Ich versuche natürlich mit meinen Blitzen die anderen mitzutöten. Boom. Weil ich natürlich hoffe, dass dadurch und wieder Tee. Alter, wie sieht denn hier bitte der Himmel aus? Guck mal, wie krass der Himmel da aussieht. Okay, das ist nur ein Fischerboot. Egal. Hätte er nicht hier rumfischen sollen. Alter, wie krass wäre das, wenn ich das Ramm-Ding nehmen würde. Weil ich bin ja auf Blitz gegangen, aber es gibt's ja extra für Boote. Und Tee. Wie ich den nochmal so hacke und in der Luft zerfleische. So, können wir jetzt bitte Level 7 werden? Ey, Nigger abhauen hier. Und Tee. Oh, 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 oh. Alter, ich habe gar keine Angst mehr. Guck mal, die machen kaum noch Schaden. Ich heile mich aber auch ständig, ne? Etwas nähert sich. Wo ist er? Shannon Simms. Shannon Simms. Wie, gar kein Video von dem? Doch. Hi. Also, hi, ne? So, wo ist denn der Lieutenant? Du bist ein Jäger? Hängst du hier mit, auf dem Schiff? Wenn ja, das Schiff ist weg. Auf dem? Du Musik, yeah, boom. Level 30, auf Old Shish. Grotte besuchen. Machen wir ja eh, glaube ich. Da ist Shannon Bates. Äh, Shannon Simms. Ah ja. Und da habe ich sie. Boom. Level 7. Wo ist unsere Grotte? Ja, komm her. Dich sind vielleicht hier auch noch. Und dich nämlich auch noch zufällig mit. Da ist die Grotte. Dann nehme ich auch noch mit. Warum nicht? Diese Mineralstoffergänzung wäre unnötig, wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Und jetzt sind wir ältest, also älteres Tier und was sind wir jetzt? Opa. Kurz vorm Tod. Der Hai ist jetzt ein Mega-Hai, der von Wissenschaftlern oft als das XXL-Familienpaket der großen Meeresraubtiere bezeichnet wird. Ausfallkapazität, einen dazu gekriegt. Jetzt sind wir mega. Also jetzt sind wir volle Pulle. So, was haben wir hier gekriegt? Das da. Mutagene. Und Mutagene war das hier, ne? Haben wir auch genug. Was sammeln wir zur Zeit? Das sammeln wir zur Zeit, ne? Ne. Ja, hä? Wir sammeln Materialien? Wir haben noch so viel Materialien. Wenn, dann bräuchten wir... Ah, ne. Die sammeln wir, die Tropfen, genau. Weil wir davon nicht so viele haben. Ja. Ich glaube, Level 30 ist Maximum, ne? Hm. Liebe macht Fantasie stark und wild. Der Riesenhai, der Meereskönig, ungebändigt und mild. Gib den Menschen einen Grund, dich zu fürchten. In dieser Welt des Schreckens wirst du sie durchschürten.